Die Raumfahrt-News im Überblick. SpaceX platziert Bombe am Starship. Indien betreibt erfolgreich seinen Mondrover und weist als erste Schwefel auf der Mondoberfläche nach. Die NASA bereitet sich auf Probenlandung von Osiris Rex in Utah vor. Ariane 6-Feuertest verschiebt sich. Amazon wird von Anlegern verklagt, weil sie nicht mit SpaceX fliegen. Und das US-Militär spioniert unter anderem Satelliten aus und startet Test für 24 Stunden Rapid Response Raketenstart mit Firefly. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen klären wir heute. Herzlich willkommen zur Senkrecht Starter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Am Donnerstag, den 31. August, wurde in China eine lange Marsch 2D mit Yaogan Erdbeobachtungsathleten gestartet. Am Freitagmorgen, 1. September, hat SpaceX von Cape Canaveral eine Falcon 9 mit Starlink-Internet-Athleten gestartet. Die 221. Booster-Landung für SpaceX, diesmal auf dem Droneship A Shortfall of Gravitas, war auch erfolgreich. Am Samstagmorgen, den 2. September, wurde in das erste Weltraumteleskop zur Untersuchung der Sonne, Aditya L1, gestartet. Das L1 bezeichnet den Erdsonne Lagrange Punkt 1. Der befindet sich zwischen Erde und Sonne und dreht sich, obwohl eigentlich näher an der Sonne, mit dem jährlichen Umlauf der Erde mit. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der SpaceX Falcon 9 Start für die US Space Force, genauer die Space Development Agency innerhalb der Space Force, erfolgt sein. Gestartet werden Teile einer Konstellation, die zur Unterstützung der US-Streitkräfte mit Daten dient, aber auch die Erkennung von Raketenstarts und Hyperschallwaffen aus dem niedrigen Erdorbit ermöglichen soll. Ganz interessant, dass die Satelliten untereinander abhörsicher mit Laser kommunizieren. Fun Fact, die Technik dafür kommt von der deutschen Firma Mineric. Der von mir letzte Woche angekündigte Atlas V Start für das Pentagon wurde verschoben. Der eigentlich für Dienstag geplante ULA Start mit der Silent Barker Mission für das National Reconnaissance Office wurde aufgrund von Tropensturm Idalia verschoben. Die Silent Barker Mission hat das Ziel, einen nicht näher bekannten Satelliten in den geosynchronen Orbit zu befördern, um das Geschehen in diesem Orbit genauer zu beobachten. Hintergrund mit den gut 35.000 Kilometern ist dieser Orbit so weit entfernt, dass die dort befindlichen Satelliten mit bodengestützter Technik nur sehr schwer im Detail zu beobachten sind. Ich hatte hier ja schon in den News von Satellitenmanövern berichtet, als sich russische Satelliten aktiv amerikanische Satelliten angenähert haben und andererseits amerikanische Satelliten versucht haben, chinesische Satelliten aus relativer Nähe zu beobachten. Ja, was die chinesischen Satelliten dann ihrerseits mit Manövern verhindert haben. Ja, ordentlich was los im Orbit. Die strategische Bedeutung des Weltraums hat in den letzten Jahren massiv zugenommen. Neben Kommunikationsfähigkeiten, Erdbeobachtung und neuerdings auch On-Orbit-Beobachtung steht die Fähigkeit, schnell reagieren zu können, sehr hoch im Kurs. Das Stichwort heißt Rapid Response. Der von mir letzte Woche fälschlicherweise angekündigte Start von Firefly war kein Startdatum, sondern bezeichnet den Beginn des Zeitraums, in dem Firefly für die US Space Force ein halbes Jahr lang demonstrieren soll, dass sie jederzeit in der Lage sind, eine Nutzlast zu integrieren und auch zu starten. Mit nur 24 Stunden Vorlaufzeit wird Firefly dann versuchen, den bis dahin absichtlich unbekannten und geheim gehaltenen Orbit zu erreichen. Nachdem die Nutzlast den Orbit erreicht hat, hat die Betreiberfirma Millennium Space dann 48 Stunden Zeit, den Satelliten zur vollen Einsatzbereitschaft zu bringen. Ja, von Rapid Response-Fähigkeit ist man in Europa noch sehr, sehr weit entfernt. Die erste statische Testfeuerung einer Ariane 6-Rakete, beziehungsweise deren Kernstufe ohne Booster, die wurde verschoben. Laut ESA gab es Probleme mit der Bodeninfrastruktur. Die Testfeuerung, bei der das Wasserstoff-Sauerstoff-Wilken 2.1-Triebwerk im offenen Gasgenerator einige Sekunden lang gezündet wird, die wurde jetzt auf den 5. September verschoben. Dafür gab es die Nachricht, dass eine weitere Testzündung der Ariane 6-Oberstufe in Lampolzhausen erfolgreich war. Bei der Testzündung am 1. September der gesamten Oberstufe der Ariane 6 in Lampolzhausen wurde das Einsatzprofil des ersten Flugs abgefahren. Das heißt, nach der Stufentrennung von der Hauptstufe brennt das Vinci-Triebwerk die Oberstufe erstmal in den initialen Orbit, muss dann aber fast 30 Minuten auf Stuntbar bleiben, um dann erneut gezündet zu werden. Neben dem wiederzündbaren Vinci-Triebwerk war hier der Betriebstest der APU, der Auxiliary Power Unit, von besonderem Interesse. Die reguliert den Treibstoffdruck und die Temperatur der Oberstufe bis zur finalen Abschaltung. Die Ariane 6 soll auch mal Amazon Kuiper-Satelliten ins All bringen. Die Verträge, die sind nicht öffentlich zugänglich, werden aber ganz gern mal herangezogen, um die große kommerzielle Nachfrage nach der Ariane 6 zu begründen. Ein Pensionsfonds hat jetzt Klage gegen den Vorstand von Amazon eingereicht. Begründet wird die Klage mit der Behauptung, dass persönliche Feindschaft zwischen Bezos und Musk Amazon daran gehindert hat, SpaceX für diese Verträge in Betracht zu ziehen. Bei der Genehmigung von Startverträgen für das Projekt Kuiper an ULA, Ariane Spass und Blue Origin, ja da soll nicht das Interesse der Aktionäre von Amazon angemessen berücksichtigt worden sein. Amazon hat die Klage als völlig unbegründet bezeichnet. Könnt ihr euch noch an die NASA-Raumsonde OSIRIS-REx erinnern? Ja, die am 8. September 2016 mit einer Atlas V gestartete Asteroiden-Mission hatte im Oktober 2020 Gesteinsproben vom Asteroiden Bennu genommen und sich dann auf den Rückblick zur Erde gemacht. Das NASA-Team befindet sich jetzt in der letzten Vorbereitungsphase für die Rückkehr der ersten US-Asteroiden-Probe. Den Japanern, denen ist sowas schon mal vorher gelungen. Am 24. September soll der Auffangbehälter mit Gesteinsproben in die Erdatmosphäre eintreten und an einem Fallschirm in Utah landen. Um das Sammeln der Probenkapsel zu üben, wurden diesen Mittwoch ein Dummy aus einem Flugzeug geworfen. Er landete sicher auf dem Testgelände des US-Verteidigungsministeriums in Utah in der Nähe von Salt Lake City. Laut NASA könnte das unberührte Material vom Asteroiden Bennu dazu beitragen, die Bildung unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren besser zu verstehen. Vielleicht sogar Antworten geben, wie das Leben auf der Erde einmal begonnen hat. Der Sammelbehälter trägt vermutlich etwa 250 Gramm Gesteinsmaterial, das 2020 von der Oberfläche des Asteroiden Bennu aufgenommen wurde. Für einen Fakt, wie schwer die Probe in etwa ist, weiß die NASA seit der Veränderung der Drehrate der Sonne, nachdem die Probe genommen wurde und so die Masse der Sonne und ihr Schwerpunkt verändert wurde. Die Kapsel wird am 24. September um 16.42 Uhr MSZ mit über 44.000 Kilometern pro Stunde in die Erdatmosphäre eintreten und, nachdem die Geschwindigkeit durch die Atmosphäre abgebaut wurde, an einem Fallschirm landen. Die NASA-Live-Berichterstattung beginnt um 16 Uhr unserer Zeit. Wenn alles bei der Landung glatt geht und die Kapsel gefunden und für den Transport verpackt wurde, wird sie in ein temporäres Rheinraumlabor auf dem US-Militärgelände geflogen, wo sie zur Vorbereitung auf ihren Transport per Flugzeug zum Johnson Space Center der NASA in Houston zerlegt und dokumentiert wird. Die Probe wird dann dort betreut und für die Analyse weltweit an Wissenschaftler verteilt. Das ESA-Weltraumteleskop Euclid, gestartet mit einer Falcon 9 am 1. Juli 2023, hat Probleme bei der Feinjustierung. Hintergrund, um hochwertige Bilder liefern zu können, muss Euclid sein Teleskop äußerst genau und stabil ausrichten. Euclid soll die genaueste Karte des Universums liefern, die der Menschheit bisher zur Verfügung steht. Bei der Inbetriebnahme von Euclid wurde festgestellt, dass der Fine-Light-Sensor FGS, der mithilfe eines Fixsterns für die präzise Ausrichtung des Teleskops verantwortlich ist, unter bestimmten Umständen keine zuverlässige Ausrichtungsinformation liefert. Um dieses Problem zu lösen, hat das Euclid-Team beschlossen, vorübergehend die Leistungsverifizierungsphase zu unterbrechen und zur Inbetriebnahmephase zurückzukehren. In den kommenden Tagen werden neue Software-Updates entwickelt und getestet, um das Problem zu beheben. Das Bodenteam wird die erste Lösung bald im Oktober testen und aktuell ist man sehr zuversichtlich, dass das Problem so gelöst werden kann. Neuigkeiten von der indischen Chandrayaan-3-Missionen. Nach der erfolgreichen Landung des Vikram-Landers am 23. August veröffentlichte die indische Raumfahrtagentur ISRO immer wieder Fotos und Videos der Mission und Daten der Sensorik. Für alle senkrechtstarter vermutlich nicht als Beweis notwendig die Aufnahmen des Landers aus dem Mondorbit durch den indischen Mondorbiter Chandrayaan-2. Auch die Einschlagstelle des russischen Landers Luna 25 wurde sehr wahrscheinlich durch den Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA gefunden. Zurück zu Chandrayaan-3. Vielen Zuschauern meines Livestreams haben nach der Landung des Vikram-Landers Aufnahmen vom Mond gefehlt. Hier hat die ISRO mit einem Foto der Landesonde nachgeliefert. Das Foto gemacht hat der Mondrover Pragajan, der über eine Rampe den Vikram-Länder verlassen hat. Pragajan erkundet nun das Umfeld der Landesstelle und ist dafür unter anderem einem mehreren Meter großen durchmessenden Krater ausgewichen. Gefährliches Terrain für einen nur 90 cm langen Rover. Der Mondrover fährt ja näher am Südpol als alles andere oder alle anderen Missionen, die bisher zum Mond heil gekommen sind. Mit seinem Laserspektrometer ist ihm auch der erste Nachweis von Schwefel auf der Mondoberfläche gelungen. Spuren von Wassereis, was ja gerade für zukünftige Langzeitmissionen von Menschen zum Mond auch interessant sein könnte, wurde hingegen noch nicht nachgewiesen. Viel Zeit bleibt dem solarbetriebenen Rover jetzt auch nicht mehr, bevor in wenigen Tagen die Mondnacht hereinbricht. Nichtsdestotrotz jetzt schon eine unglaublich coole Mission, die hoffentlich ganz viele in der für Raumfahrt und Naturwissenschaft begeistert. China ist zwar schon mit einem Rover auf der erdabgewandten Seite des Mondes unterwegs, das erste Land, dem das überhaupt gelungen ist, aber dabei soll es nicht bleiben. China möchte die erste Nation nach den USA werden, der eine Crewlandung auf dem Erdrabanden gelingt. Die Woche wurde ein Rendering der Mission veröffentlicht und laut CSNA Watcher ein Namensgebungswettbewerb für die Mission gestartet. Die Mission erinnert von der Architektur sehr an Apollo, wobei Lander und Crewmodul getrennt zum Mond gestartet werden und sich erst in einem Mondorbit treffen, aus dem dann zwei Menschen der dreiköpfigen Besatzung mit dem Lander zum Mond fliegen. China möchte die Lander noch in diesem Jahrzehnt und bei weiteren Verzögerungen im Artemis-Programm könnte das auch vor der Rückkehr der Amerikaner gelingen. Bevor wir zu den SpaceX-News kommen, ja, Senkrechtstarter existiert dank der Schutzengel, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen, da auch hier wieder ein riesen Dankeschön an euch. Wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft oder den Senkrechtstarter Patreon. Für alle Schutzengel gibt es ja alle Videos als kleines Dankeschön vorab und ohne Werbung. Am 27. August hat eine SpaceX-Crew Dragon-Kapsel etwa 30 Stunden nach dem Start von Florida an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. Besonderheit, mit vier Menschen von vier verschiedenen Raumfahrtagenturen an Bord war es die internationalste Crew Dragon-Besatzung bisher. Kommandantin ist die NASA-Astronautin Jasmine Mock-Bailey. Der ESA-Astronaut Andreas Mogensen ist der erste Nicht-US-Pilot eines amerikanischen Raumfahrzeugs überhaupt. Ja, und Satoshi Furukawa von der japanischen Raumfahrtagentur Yaksa und der russische Kosmonaut Konstantin Borisov sind jeweils Missionsspezialisten auf Crew 7. Crew 7 ist für einen sechsmonatigen Aufenthalt auf der ISS geplant und hat sich in der vergangenen Woche mit den Mitgliedern der Crew 6 überlappt. Die Crew 6-Mitglieder werden nach sechs Monaten voraussichtlich am Sonntagmorgen, den 3. September, vor der Küste Floridas landen. Bei all den Starts und Erfolgen kann man schnell vergessen, wie komplex Raumfahrt ist, besonders wenn es um Crew geht. Ja, und bei aller Euphorie muss man sich immer wieder klar machen, dass es eine potenziell sehr gefährliche Angelegenheit ist und die Aufmerksamkeit bei allen Beteiligten keinesfalls nachlassen darf. Beim Start der NASA-Q7 mit SpaceX Crew Dragon sind einige Dinge nicht so ganz nach Plan gelaufen. An dem während des Start-Livestreams angesagten Sensor, der gefährliches Gas registriert hat, wurden laut NASA-Pressekonferenz Spuren des Oxidators N2O4 gefunden, also die Stickstoff-Tetroxid. Wo die Spuren herkamen, muss noch geklärt werden. Während eines Pre-Flight-Checks wurde offenbar auch eine Außenlampe für die Beleuchtung bei der Landung am Crew Dragon Raumschiff vergessen. Da es keinen Telemetrie-Zugriff auf das bestehende System vom Boden aus gibt, musste die Lampe ganz oldschool von der Crew manuell mit per Funk durchgegebener Prozedur im Systemcode deaktiviert werden. Wie man während der Funk-Kommunikation mit der Bodencrew hören konnte, ist das Ganze nur aufgefallen, da die Crew 7-Kommandantin Jasmine & Mark Bailey aus dem Fenster das brennende Licht gesehen hat. Was das in den Comms als Landing-Light beschriebene Licht genau macht, das ist mir noch nicht bekannt. Weiter gab es einen Ausfall einer von zwei redundanten GPS-Antennen an der Dragon. Während versucht wurde, vom Boden das GPS-System zu verstehen und gegebenenfalls zu reparieren, musste die Crew ihren eng getakteten Zeitplan anpassen und konnte nicht planmäßig die Ruhephase beginnen. Ja, ich hoffe, wir bekommen zu all diesen Vorkommnissen noch in einer Pressekonferenz genauere Details. Es soll mal Menschen zu Mond und Mars bringen. Wohl kaum ein Raumfahrtprojekt ist so ambitioniert und gleichzeitig so spektakulär in seiner explosiven Entwicklung und Richtungsänderung wie das Starship-Programm. Nach dem zweiten Static-File des Super Heavy Boosters 9 letzte Woche am Freitag, den 25. August, hat SpaceX mittlerweile einiges an Aufnahmen und Fotos nachgereicht. Zwar gingen auch bei diesem Test zwei Raptor vorzeitig aus, aber grundsätzlich wären es ja genügend Triebwerke für einen Start der größten und leistungsstärksten Rakete, die bisher gebaut wurde. Aktuell sieht es auch nicht danach aus, als würde SpaceX den Test wiederholen wollen, sondern weiter die Punkte auf dem Weg zu einem nächsten vollintegrierten Flugtest abhaken. Für mich ein sehr, sehr starkes Indiz, die Lieferung von Sprengstoff für das Flugabbruchsystem, im englischen FTS für Flight Termination System. Wir erinnern uns, das System aus Sprengstoff, das eine außer Kontrolle geratene Rakete zerstören soll, hatte beim ersten vollintegrierten Flugtest am 20. April erst sehr verzögert für eine Zerstörung gesorgt. Ob das System zusammen mit der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde FAA bereits qualifiziert wurde, kann ich euch nicht sagen. Dieser Prozess wurde ja von Elon Musk wiederholt als einer der längsten Prozesse vor einem erneuten Start beschrieben. Vor einem erneuten Start erwarten uns definitiv noch folgende Punkte, das Zusammensetzen der gesamten Rakete aus Starship 25 und Booster 9 und einer Redress-Rehearsal, also ein Test der gesamten Rakete in einem Countdown bis kurz vor Triebwerkszündung. Ja, und eine letzte Generalprobe vor einem Flug, wobei SpaceX die letzte Generalprobe vor dem eigentlichen Flug am 20. April ja auch als Start angekündigt hatte, die dann letztlich dann umgewandelt wurde in eine Redress-Rehearsal. Ship 25 scheint nach dem Erhalt eines kompletten Hitzeschildes nur noch wenig von einem Start abzuhalten. Wenn euch interessiert, wie der keramische Hitzeschild des Starships funktioniert, schaut mal mein Video zu dem Thema, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ja, ich bin sehr gespannt, wie der nächste vollintegrierte Starship-Start ablaufen wird. Besonderes Augenmerk wird natürlich auf dem Pad liegen. Wenn die neue Verstärkung der Startanlage wirklich der enormen Feuerwalze aus 33 Raptor-Triebwerken standhält, ist das natürlich die Chance für einen zeitnahen dritten Flug ungemein. Dass die erste Stufe es diesmal wohl bis zu einer Stufentrennung schaffen wird, scheint in der Community fast vorausgesetzt zu sein. Geplant ist, das Oberstufen-Starship noch am feuernden Booster zu zünden. Stichwort ist Hot-Staging. Eine Idee, wie das aussehen könnte, geben die hervorragenden Infografiken von Tony Bela. Die Flugbahn und der Rest des Flugprofils wird identisch sein zur Planung vom letzten Flug am 20. April. Kein ganzer Umlauf und dann ein Wiedereintritt vor Hawaii und eventuell einer weichen Wasserlandung des Chips nördlich von Hawaii, wenn es so weit kommt. Der Booster 9 hingegen soll nach der Stufentrennung mit Boostback entgegen der Flugrichtung im Golf von Mexiko vor der Küste der Starbase weich im Meer landen. Ich freue mich sehr, dass immer mehr auf einen neuen Start hindeutet. Eine Startlizenz gibt es zwar immer noch nicht, aber es sei daran erinnert, dass die Flugaufsichtsbehörde FEE erst eine Woche vor dem Startversuch am 20. April so eine Genehmigung überhaupt erteilt hat. Es kann am Ende also doch wieder alles ganz schön schnell gehen. Auch wenn ich die Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts zu den letzten Vorkommnissen während des letzten Startversuchs vorab erwarte. In Boca Chica wurde unterdessen die Umgebung von Überbleibseln des 420-Flugtests gereinigt. Vermutlich eine Last-Minute-Anforderung an SpaceX vor einem erneuten Start. Na, trau ich mich? Ja, ich bin wieder mutig. Näher dran als der nächste Start des Starships sind die Starts der kommenden Woche hier im Schnelldurchgang. Am Montag, 4. September ist ein SpaceX-Halkan-Einstart mit Starlink-Internet-Satelliten geplant. Am Dienstag möchte das chinesische Raktgegnis-Startup Galactic Energy seinen ersten Sea-Launch seiner Ceres-1-Feststoff-Rakete durchführen. An Bord vier IoT-Satelliten für die kommerzielle Tiankua-Konstellation. Kein Orbitalstart, aber der Vollständigkeit halber hier auch erwähnt. Am Freitag, den 8. September, möchte Virgin Galactic sein Spaceship 2 an die Grenzen des Weltraums schießen. Die Kunden auf diesem Flug haben ihre Tickets laut Virgin Galactic bereits 2005 gebucht. Ja, ob du oder ich mal ins All fliegen dürfen? Wer weiß. Hashtag Apollo-Moment. Ich hoffe, dir hat es wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrig bleiben. Dein Mo. Dein Mo. Dein Mo. Dein Mo. Vielen Dank.